Wir trinken den Zauberer auf dem Unterwindel. Entledige dich aller... Achso. Blablabla, blablabla, blablabla. Auch nicht schon wieder diese Schrecken der Nacht. Also Karakoff ist wirklich eine Herausforderung. Kann ich nicht anders sagen. Schöner Zug. Sehr schöner Zug. Das können wir alles wiederholen. Oh, ich bin so doof. Der Gegner ist noch viel blöder. Okay, da haben wir Quadrat, den nehmen wir ihm erstmal weg. Und dann machen wir das. Dann ist der erste nämlich schon mal hinüber. Wir nehmen den. Und warum... Ich hab's natürlich nicht gesehen. Jaichi Bombaychi. Jaichi Bombaychi. Extra Turn. Jetzt ist aber gut. Numero Uno ist weg. Ich dachte, der klaut sich den Extra Turn unternageln. Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Ich werde dem Gegner gleich sowas von gehörig in den Hintern treten. Aber erstmal müssen wir unsere ganzen Station aktiv erheben. Und wisst ihr auch warum? Genau, weil wir's können. schon wieder gut... Nein. Aber mal so richtig, richtig. Der Makler geht mir gehörig auf den Sender. Aber mal so richtig, richtig. Nee. 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 Der Gegner kann damit genauso viel anfangen wie ich, nämlich nichts. Ich weiß nicht, warum der das Blau nicht nutzt. Hm. 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 Und er nutzt es. Egal, dafür brennt er jetzt. Also... Lassen wir ihn ein bisschen brennen. Dann hauen wir ihn damit und dann ist er weg. Ha! Braucht ich meine Flammenwax gar nicht. Hihi. Hihi. Belohnung. Nein. Ich erinnere mich. Das ist doch toll. Nein. Nein. Das ist es nicht. Ich war ein Zauberer. Wirklich. Wow. Wir beschworen... Ich beschwore diese Bestie. Aporath. Oh. Und mein wahrer Name ist Uri Nella. Keller. Teller? So viele haben ihr Leben gelassen. Mit ihnen habe ich meinen Verstand verloren. Das tut mir leid. Nein. Ich kann nicht glauben, dass ich verantwortlich war... Wafür? Wofür? Wofür? Für so viele Tote. So viel Leid. Du bist jetzt ein anderer Mann. Ich kann mich niemals mehr von meiner Schuld reinwaschen. Du bist jetzt ein anderer. Genug des Selbstmitleids. Wir müssen dieses Ritual verhindern. Okay. Ding, 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 ding. Halt! Ah. Gucken wir, ob wir es noch alles gedeichselt kriegen. Hier aus Stufe 16. Au. Au. Ähm. Habe ich erwähnt? Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich mach mir mehr Sorgen um die, die dazwischen hocken. Nämlich diese blöden Golems. Weil die können Ärger machen. Und wenn ich meine Ärger, meine ich ja auch Ärger. Also so richtig, richtig Ärger. Mit ihrem Rums. Ich muss schnell Angriff erhöhen, egal ob die Verteidigung von denen dadurch höher geht oder so. Ist mir vollkommen egal gerade. Jeder jetzt für seinen eigenen Arsch. Wann noch keiner sein Special voll und das wird auch glaube ich jetzt erstmal nicht passieren. Machen wir noch ein bisschen auf den drauf. Und ich muss in diesem Falle mal wirklich... Ne, grün, ne. Ach komm, wir machen erst das. Oh man, wieso kriegt der Gegner immer so ne Chancen? Oh Gott sei Dank hat er das jetzt nicht genutzt. Gott sei Dank in diesem Falle. Durchschlag auch das noch. Ha! Ist mir egal. 15 kriegt er. Ob er will und nicht. Jawoll. Mit extra Turn. Okay, wir nehmen den letzten. Der hat mir nämlich ein bisschen zu viel Angriff. Ich komm bei dem bald nicht mehr durch. Also bei dem mittleren jetzt. Okay, er... Er wird es nutzen. Er wird es nicht nutzen. Na, wenn ich will. Er hat schon. Er setzt Rums ein. Scheiß Shield Breaker Fähigkeit dabei. Mach ruhig einen von mir platt. So, das, das und äh... Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Ja. Jawoll. Ist der schon mal weg. Mit Glück. Muss man aber jetzt auch mal dazu. Wirklich sagen. Ja, klau mir das rote doch du. Käsewurst. Und jetzt ist er auch noch geheilt. Ja. Moin. Sen aber auch. Extra Turn. Extra Turn. Ich mag extra Turns. Okay, erstmal... Attacke verstärken. Gucken, was er macht. Okay, er macht grau. Scheiße. Komm, dann hauen wir erstmal den letzten platt. Man muss nur noch um das zu kümmern, wenn er grau... Scheiße. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Manor Surge. Manor Surge. Manor Surge. Er macht Rums. Kann ich irgendwie special, technischer Art und Weise? Äh... Nein. Also, mit Special drauf. Was, flashy? Ich verstehe kaputt. Aber egal. Nein! Jetzt macht er einen Extra Turn. So. Weg mit dir, du... Gewürm! Und... Wo ist mein Handy abgeblieben? Das hat doch vorhin schon wieder geglimmelt. Okay. Da ist eine Sprachnachricht. Die höre ich mir gerade an. Für euch geht's... Sofort weiter. Bezwinge die Diener des Zauber. Okay. Jell, du wiederholst dich, alter Mann. Stufe 16. Hei, Karacho. Die mit ihren scheiß Buffs. Jedes Mal. Das sind Coten. Das meine ich nicht nur so. Das ist sogar so. Extra Turn. Perfekt. Jabam! Nein! Warum tue ich dieses? Warum tue ich jenes? Ja! Wie viele Extra Züge willst du denn noch, du Arsch! Herrgott Makrele. Da muss ich ja schon nutzen. Okay, aber kein Vierfachen. Gott sei Dank aber auch. Jetzt werde ich jetzt persönlich die Krise bekommen. So, da haben wir dann doppelt. Ja, perfekt. Oh! Extra Turn! Jawoll! Ähm, ich tendiere zum Special. Weil der Erste, der mir sein Special folgt. Und da habe ich keinen Nerv drauf. Wenn ich das mal so unverblümt mal erwähnen darf. Das scheint mir eine ganz gute Option zu sein. Wenn ich es nicht immer optional gut für den Gegner wäre. Perfekt. Perfekt. Okay, Vierfach keine Chance. Keine Schädel. Perfekt. Dann machen wir einmal den Special von ihm. Ich brauche da auch so einen Gulen. Der auch jedes Mal was macht. Sobald ein Special eingesetzt wird. Vorteilhaft natürlich, wenn er von meiner Seite aus ist. Okay, warum macht er sein Special nicht? Naja. Er will seine grünen Namen haben, weil er nicht jetzt macht. Und extra Türen. I hate it, I love it. Perfekt. Nochmal, dann ist der weg. Boah, hat die sich grad hochgepusht. Er hat doch bekloppt hier. So, weg. Na, er wird jetzt... Nein, macht die nicht. Okay. Er macht's doch. Woher wissen die das? Wann, was, wie? Wo auftaucht? Egal, du bist weg. Bäh. Unterbinde das Retour ein. Ja, ja, ja. Stufe... Och, nein. Nicht dieser uralte Horror schon wieder. I hate it, when she does that. Vierfach. Nochmal vierfach. Leider kein Vierfach. Nicht mehr. Oder? Doch. Vierfach. 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 Och, Menno. Jetzt nicht mehr. Egal. Doppel, dreifach. Das hat sich aus der Falle getötet. Und jetzt aufs Maul. Alis. Ne. Ein paar Pünktchen. Ne. Ne, 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 ne. Das war schon gut dazu. Okay, da haben wir einen Vierfachen. Den nutzen wir. Oh nein, ich hätte den letzten Special machen sollen. Hau weg den ein, den er nicht vorher erst wegkauen soll. Oh nein. Der Anker-Taschirsch, Sombra weiß es ja wieder besser. Warte, der Sombra weiß es besser. Und extra Turn. Perfekt. Nochmal extra Turn. Zack, aufs Maul. Nochmal aufs Maul. Boah, ernsthaft? Mit extra Turn. Hm. Nehmen wir den ersten. Was weg ist, ist weg. Weg ist weg. Oh, ich hätte doch lieber was anderes machen sollen. Na, jetzt nutzt er erst den. Und tschüss. Und tschüss. Sprach ich. Ah, guck, wir schaffen noch Level 42. Belohnung. Da, es ist vollbracht. Es ist, aber ist es vorbei? Die Zauberer sind geflohen. Das Ritual ist vollendet. Gut. Äh, Unfall, Entschuldigung. Heute werden keine Leben geopfert. Das freut mich. Aber nun muss ich mit meinen Taten leben. Ich weiß nicht. Was? Ich weiß nicht. Äh, das ist vollendet. Ach, das ist vollendet. Vielen Dank.